... mit den Händen in der Tasche kriegen, würden ihn lieber sehen, wie mein Kollege Armin Lehmann, wenn er mal irgendwas tun würde. Und Özil erlöst. Auswechsel darf man ja fast schon gar nicht mehr sagen. Erlöst und uns erlöst. Achtung, Barouinas Ball kommt sehr gut hinein und ist dann frei vom Tumor und fliegt da rum. Und die Franzosen stehen beispielsweise mit Varane mit dem Rücken da. Und bei wem müssen wir uns bedanken? Der hat die 5 auf dem Rücken, glaube ich. Es war Peter Hummels, der da in letzter Mitte hatte diesmal den Ball im Ping-Pong verhört. Und er hat ihn halbgeklappen bekommen und fast hätte er hier noch einen 2-2 zuvor gemacht. Und ich bin ein Tor. Ecke der Franzosen, schwebt 3-0. Ja, packt sich das Ding.